Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Etwas länger ist es her, ich bin aktuell mit einem anderen YouTube-Kanal beschäftigt. Ich möchte groß rauskommen, lach und habe aktuell einen neuen YouTube-Kanal gegründet, in dem ich Comedy-Videos mache, in denen man mich tatsächlich auch sieht. Wer daran Interesse hat, der kann mich gerne mal anschreiben, dann schicke ich ihm einen Link. Öffentlich machen möchte ich es aktuell noch nicht, das wird dann bald gemacht, dann werden die beiden Kanäle verbunden und dann werden vielleicht mal nur auf M-Videos sogar auf diesem Kanal dann irgendwann kommen. Wir warten es aber mal ab, ich mag meinen Namen, 9400 JFM und deswegen überlege ich mir das Ganze auch gut. Wir führen heute mal eine Kaderplanung durch, eine grobe Kaderplanung. Ich wollte unbedingt heute ein Themenvideo machen, aber ich hatte leider keine Vorbereitungszeit. Ich habe jetzt mir gerade die nötigsten Programme runtergeladen, weil ich einen neu eingerichteten Rechner habe und deswegen habe ich jetzt wirklich nur das Nötigste und wir machen heute mal eine grobe Kaderplanung. Wie viel Geld werde ich nächste Saison zur Verfügung haben? Circa 1,85 Milliarden Euro werde ich nächste Saison zur Verfügung haben. Das gesamte Geld könnte ich natürlich in den Kader stecken. So, wir schauen uns heute mal nur die elf geplanten Stammspieler an und da soll natürlich nicht das gesamte Geld reinfließen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, so viel Geld für elf Stammspieler auszugeben, aber das ist natürlich nicht der Plan. Nächste Saison werde ich vermutlich in der Oberliga oder in der Regionalliga in Deutschland spielen. Und ich habe mir schon ein bisschen herausgesucht, ein bisschen informiert, was da für Spiele möglicherweise sinnvoll wäre. Und da haben wir zum Beispiel die 34-jährigen 18er, die mögliche Stammspieler nächste Saison für meinen Verein sein könnten. Und wenn man das so durchrechnet, neun Feldspieler, die würde ich am 0. Spieltag dann mit 35 Jahren einkaufen, kosteten ca. 200 Millionen Euro für zwei Saisons. Das heißt, wir wären schon mal bei 200 Millionen Euro für neun Feldspieler. Ein guter Torwart kostet nämlich ca. 150 Millionen Euro, dann wären wir bei 350 Millionen Euro. Und ein guter Stürmer kostet nämlich ca. auch 100 Millionen Euro, dann wären wir bei 450 Millionen Euro. Für einen Kader also, der geeignet ist für die Oberliga oder vielleicht sogar für die Regionalliga in Deutschland. 450 Millionen Euro für zwei Saisons. Das wäre also aktuell meine Kaderplanung. 34-jährige 18er aktuell, dann am 0. Spieltag der nächsten Saison 35 Jahre stärker 18. Im Sturm und im Tor etwas besser vielleicht, dass ich halt insgesamt wirklich ein aufstiegsfähiges Team habe. Vielleicht muss ich mir auch noch einen besseren ZM kaufen. Vielleicht landen wir sogar insgesamt bei 500 Millionen Euro. Haben den ein oder anderen Spieler dabei, der vielleicht noch nicht ganz 35 ist. Also sagen wir einfach mal 500 Millionen Euro für zwei Saisons und ein paar Spieler bleiben dann noch im Verein. 500 Millionen Euro für zwei Saisons, die müssen natürlich auch irgendwo in der Zeit dann kompensiert werden. 50 Millionen Euro kann ich durch Liga kompensieren, also durch die Ligaspiele, durch den wirklichen Aufstieg, durch die Freundschaftsspieleinnahmen, durch die Pokalspieleinnahmen und durch die Funcup-Einnahmen. Okay, das ist jetzt nichts, aber sagen wir einfach mal 50 Millionen Euro kann ich dadurch kompensieren. Die Jugend ist aktuell relativ ungewiss. Sie sagen einfach mal 10 Millionen Euro durch die Jugend, denn bei 60 Millionen Euro, dann müssten wir noch 390 Millionen Euro durch Transfers in dieser Zeit kompensieren. Ist das möglich? Auf jeden Fall. Also 390 Millionen Euro in zwei Saisons durch Transfers, das ist auf jeden Fall möglich. Aktuell habe ich es nicht ganz, muss ich leider gestehen. Aktuell habe ich ca. 370 Millionen Euro in zwei Saisons verdient und das mit Abstieg. Aber ich könnte auf jeden Fall dahin kommen. Das heißt, im Idealfall würde ich Plus Minus Null machen und wahrscheinlich werde ich ein Minus nächste Saison und übernächste Saison erzielen. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich möchte in die erste Liga aufsteigen in Deutschland und deswegen ist aktuell ein kleines Minus dann okay für mich. Denn sobald ich in der ersten Liga bin, habe ich dann auch wieder Chancen, ein Plus zu erwirtschaften und generell ist es ja ein sehr, sehr tolles Gefühl, in der ersten Liga Deutschland am Classic Silver zu spielen und deswegen aktuell also so die Planung, einfach schauen, was passiert. Hoffen, dass ich Plus Minus Null mache. Wenn es nicht der Fall ist, ist es auch nicht schlimm. Und halt in Deutschland angreifen und dann halt irgendwann erste Liga spielen. hoffentlich dort Plus Minus Null machen. Aber selbst wenn ich da dann immer noch ein kleines Minus pro jede Saison erziele, ist das auch nicht schlimm. Denn dann spiele ich erste Liga Deutschland und die 1,85 Milliarden Euro, die sind auch nicht so schnell verbraucht. Also das ist aktuell die Planung. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für eine Idee habt für ein neues Video. Sicherlich kann ich bald nochmal einen Teamcheck hochladen. Lasst ein Abo da. Ich hasse zwar diese Abo-Battle-Lie, aber wir haben fast 180 Abonnenten und ihr wisst es ja vielleicht, ich spiele sehr, sehr gerne Darts und deswegen ist die 180 für mich noch wichtiger als die 200. Haut rein!